family willkommen zu einem weiteren tutorial simbrief und navigraph briefing und flugplan erstellen ich bin willikopter und warum machen wir das damit wir nicht so los sind wie unser kollege der größte einfluss auf die fliegerei hat das wetter das wetter bestimmt in welche richtung man startet oder landet immer gegen den wind wenn man auf einem flug haben ist mit artis ausgerüstet dann hört man das artis auf der bestimmten frequenz ab und man weiß welche informationsbuchstabe vorhanden ist mit welchen wind runways und sonstigen informationen vom flugplatz flughafen wenn man das nicht hat nicht kann nicht will nicht in real life sondern nur beim flight simulator dann kann man meta informationen sich holen ich mache das immer ganz einfach mit windi.com dann kann man die dann ihr karte eingeben vom airport oder die stadt oder sogar land nun wissen wir nach dem vorherigen tutorial wie man das cockpit vorbereitet und die triebwerke startet aber wie fliegt man ab wie fliegt man an wo fliegt man hin wo fliegt man durch das schauen wir uns jetzt mit sim brief und navigraph genauer an zuerst erstellen wir mit sim brief bei navigraph ein flugplan und dann kontrollieren wir die route mit navigraph mit navigraph haben wir auch die charts wie abflug anflugrouten und die airport charts so sim brief kann man account erstellen und dann das allerwichtigste sind die arak cycles aktuell 21 05 klicken drauf der ist gültig bis zum 16 juni wenn das aktuell ist ihr einen account habt ganz einfach dispatch dann kommen wir hierhin wir gehen auf my fleet erstellen ein neues airframe und da hier könnt ihr jetzt auswählen von a306 bis tbm 9 ist alles dabei wir planen in erster linie wie gesagt schon mit airbus a3 20 da habe ich schon erstellt deshalb gehen wir auf new flight und so sieht das aus mit diesen sheets erstellen wir jetzt ein flugplan das bequeme ist daran mit sim brief wir können später genau dieser flugplan bei uns im fly bar wire ja uploaden einfügen das läuft alles über sim brief wie auch das airpad können wir auch über sim brief linken dann haben wir schon so mal die selben daten und müssen nicht alles einzeln eintippen genau flight info airline sind wir die caribbean airline flugnummer haben wir diese sieben wir starten tango lima papa lima wir wollen nach tango tango papa papa er gibt uns automatisch ein alternate airport dann haben wir das datum die departure zeit in zulu in zulu zeiten in der aviatik ist alles mit zulu dann wie gesagt kommen wir zum aircraft type haben wir hier den airbus a3 20 und da kommen wir zu den selections was man jetzt noch ändert beim cont fuel haben wir drei prozent für fünf minuten das bedeutet für das taxen und eine reserve fuel von 45 minuten macht man sogar beim hochschrauber das das ist gut gut genau dann haben wir das advanced aircraft option das kommt da raus vom aircraft type das haben wir da alles eingegeben das übernimmt jetzt mit dem call sein und alles call sein könnt ihr wenn ihr wollt das hier nochmal ändern wenn ihr auf whatsapp fliegt dann dann ja sollte es schon ein bisserl was realistisches sein sage ich jetzt mal ansonsten spielt das eigentlich keine rolle dann kommen wir hier zu den optionals entries wir haben einen shadow flight time von knapp einer stunde und zehn minuten wir nehmen departure runway one zero und arrival runway one zero yes er soll die stars und sids selbst aussuchen wir nehmen kein extra fuel mit unsere höhe nehmen wir 17.000 fuß passengers nehmen wir 77 passengers mit mache ich jetzt einfach so cargo nehmen wir nichts mit und zero fuel weight haben wir bei diesem modell standard 41.5 dann hat man hier noch die piloten id die man später braucht für sich im flugzeug mit dem sim brief zu verlinken oder der name wird auch gehen dispatch remarks wenn man welche bemerkungen machen hinschreiben will kann man das hinschreiben auf watsim wenn man streamen ist oder mit shared cockpit zum beispiel und dann kommen wir hier nochmal zum überprüfen wir sind mit dem errock cycle 21.05 ist current wir wissen bis zum 16. juni dann zeigt jetzt uns hier in der route an wir haben auch noch vier andere routen wir können auch noch mehrere routen mehrere routen anschauen sim brief macht je nach je tolle perfekte routen also perfekt ja was ist schon perfekt damit meine ich es ist keine opposite route es ist eine route und nicht nur von waypoint zu waypoint allerdings kann es manchmal auch vorkommen dass es nicht wirklich an einem airway verläuft wenn man auf watsim fliegt dann ist es besser das zu überprüfen was wir dann machen mit navigraph sonst einfach auf flight simulator oder explain oder so rumfliegt dann spielt es ja nicht so von großer bedeutung aktuell haben wir eine valid route sie ist grün 228 nautischer meinen plus 20,1 prozent aufweichung dann haben wir hier die map wir starten hier fliegen dann in der richtung süden und gehen hier auf den alas genau jetzt haben wir dann soweit eigentlich schon ausgefüllt jetzt kann man hier noch den pfeilen generate ofp nach dem generate ofp haben wir jetzt den ofp summary haben wir alle daten auf einmal natürlich ne airtime, block fuel, zero fuel weight, take off weight, curious altitude, routing die remarks nochmal die route und dann hier unser ganzer flugplan und fuel plan wie viel fuel haben wir noch wenn wir ankommen oder zum alternate jetzt gehen wir ins navigraph hier sind wir in navigraph das ist ein programm wo man kaufen kann nicht muss, darf, kann ja am besten es ist verlinkt alles in der description auch für den brief natürlich man hat dann einfach anflugkarten wie abflugkarten wie schon vorhin besprochen und kann auch während dem flug jetzt hier überprüfen woran woran man fliegt es gibt auch gratis maps wie little nav map oder flight control habe ich auch vorhin wir wollen jetzt von sim brief unser flug einfügen flight von sim brief über den flieger man kann auch mal kontrollieren tango lima papa lima to tango tango papa papa dann haben wir jetzt automatisch unsere route und das ist jetzt genau das was ich gemeint habe man hat hier high end route und low end route und dann haben wir noch die world map wir wollen jetzt low end weil wir sind im unteren luftraum bis flight level 2 4 oder 5 wir starten jetzt hier und dann dreht er einfach irgendwo ab und wie man sieht das wären airway diese da wären alles airway und wir fliegen da irgendwo lang was ja gar nicht aufgibt was ich vorhin gemeint habe und das bearbeiten wir jetzt das ist ganz einfach da sind wir ja immer noch im start deshalb können wir auf dem gotter da können wir hinfliegen der nächste würde ich jetzt sagen da gehen wir hier hin after gotter at und jetzt fliegen wir hier lang jetzt fügen wir den hier nochmal hinzu at route nach dem sv vor vor und jetzt sind wir schon auf einem airway wir fliegen ohne tower ohne atc deshalb spielt es auch nicht so große rolle wenn man jetzt mit atc fliegt das heißt mit ground tower approach und departure also departure und approach dann hätte man vorgegebene routen oder wegpunkte die sie uns schon geben oder direct to oder was auch immer aber das wäre jetzt auch ein weg ein flight plan wo man nicht in der realität umsetzen kann aber für den flugsimulator so einfach erstellt man einen flugplan mit sim brief und überprüft die route mit navigraph nachdem man jetzt hier unsere route angepasst hat kann man hier im kopf die departure oder die arrival route noch auswählen departure haben wir keine arrival haben wir leider auch keine aber wir wissen wir wollen ein ILS approach machen über curry das können wir hier hinzufügen und dann haben wir den ILS approach über den curry und man sieht auch dann gleich für go around ins holding oder wieder next approach bei längeren routen sieht es dann auch anders aus wie man hier sieht die verschiedenen airways sind die nur in einer richtung wie hier zum beispiel oder in weiten richtungen ohne etwas spezielleres zum beispiel hier im luftraum von europa sieht man auf einmal keine airways mehr in diesem fall benutzen wir die gps angaben man hat weg punkte und erstellt anhand durch diesen oder durch diese unsere route mit einem mit einer maximal vorgegebenen distanz je nach flugtyp und ausbildung die man von point einhalten muss so wird es dann hier aussehen zu den charts von san lucia hevanora kann man einfach wie gesagt bei suchen tango lima papa lima oder hevanora eingeben dann kommt hier luftraum und die charts wir gehen auf die charts dann hat man hier stars für den arrival approach runway 10 runway 28 verschiedene approach charts mit allen angaben wir haben die taxi charts also die airport charts mit dem flugabend informationen und dem runway informationen dann haben wir die abflug charts oder noch sofern vorhanden referenzen was interessiert uns hier von san lucia taxi charts und dann natürlich die abflug chart hier right or left turn out wir haben right turn out weil wir nach trinidad tobago fliegen wollen gehen wir right turn out und that's it wie sieht es aus bei anflug von trinidad die maps die verschiedenen charts dann auch die verschiedenen lufträumen wir wollen die charts wir wollen anflug hier gibt es leider auch keine anflüge aber wir wissen den approach wir are ILS runway 10 wollen wir dann kommen wir hier über shark rein curry shark und dann ILS genau hier haben wir den ILS setting und ILS frequenz IPOS ILS ist das dann haben wir hier unten die angaben 4100 4100 würde uns das ILS dann unternehmen hier haben wir dann die weiteren angaben für den baro oder radio 2 6 5 oder für localizer 5 3 0 hier haben wir jetzt eine transition altitude von 4100 das gibt es uns jetzt an und method approach climb to 2200 on 105 then right climbing turn to 4100 man hat dann einfach die angaben die nutzvoll sind dann gehen wir die taxi charts natürlich noch info wir sind da gelandet auf der 1 0 und womöglich backtrack oder direkt left out zum north terminal oder south terminal up to you nicht vergessen vorherige tutorial vorbereitung cockpit und startende triebwerke und weitere folgen deshalb abonniert teilt share up to you ich bin willy copter und man sieht sich beim nächsten tutorial willy copter die party pilot die 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 die